Unsere Rubrik, Leute, heute steht natürlich ganz im Zeichen von Weihnachten. Bastian Pastewka besuchte einen Mann mit einer außergewöhnlichen und vor allem weihnachtlichen Begabung. Christbaumschmuck selber machen, das ist das Hobby von Herbert Görgens. Doch sein Geschick geht über das Basteln von Strohsternen weit hinaus. Er wird uns heute einmal zeigen, wie man mit den einfachsten Mitteln sogar Christbaumkugeln selbst herstellen kann. Guten Tag, Herr Görgens. Ja, schöne Weihnachten auch allerseits. Für Sie auch. Danke. Herr Görgens, Sie haben ja schon mal etwas vorbereitet. Würden Sie unseren Zuschauern doch mal zeigen, wie das mit den Kugeln so funktioniert? Jawohl. Blasen tut man die. Ja, bitte. Soll ich? Schon fertig. Was soll das jetzt? Lassen Sie bitte den Luftballon. Herr Görgens, Christbaumkugeln, darum geht es. Sie haben mir vorher gesagt, dass Sie diese Kugeln selbst geblasen haben. Hab ich ja auch. Also wie jetzt? Was jetzt? Zeigen Sie uns bitte, wie diese Kugeln geblasen werden. Ja gut, zeig ich, wie geblasen geht. Alles selber geblasen. Ich kann doch dumm nicht nur Stangen blasen. Soll ich mal? Herr Görgens, das ist Unfug. Grober Unfug. Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein. Zurück in die Wochenschau. Und nun die Sportnachrichten in der Wochenschau.